Mein Sohn opferte sein Leben, um mich zu retten. Diese Kräfte sind keine Gabe, sondern ein Fluch. Geboren aus Zungen. Feuer! So amit ihr. Diese tickende Zeitbombe muss ausgeschaltet werden, bevor unschuldige Menschen zu Schaden kommen. Er hat 5000 Jahre lang geschlafen. Finden Sie eine stabile Zelle und wir sorgen für den Rest. Wer ist im Team? Ich hab keinen Reisepass. Reisepässe brauchen wir nicht. Wir sind die Justice Society. Black Elgin, wir sind hier, um über deine friedliche Unterwerfung zu verhandeln. Ich bin nicht friedlich. Und ich unterwerfe mich nicht. Und los geht's. Ich werde mich niemandem beugen. Du willst keine Gerechtigkeit üben. Du willst Drache nehmen. Ich habe nie gesagt, ich sei eine Welt. Du glaubst, du seist nicht würdig. Doch das Schicksal macht keine Fehler. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst diese Welt vernichten. Oder du kannst sie retten. Oder du kannst sie retten.